Ich würde jetzt gerne einmal Ihre Kiefergelenke untersuchen und es geht darum, einmal in kurzer Zeit abzuklären, ob alles in Ordnung ist oder irgendwelche Auffälligkeiten sind. Ich würde jetzt veruntersuchungen bei Ihnen durchführen. Wenn Sie jetzt einmal auf diese beiden Wafferollen fest zusammenbeißen, hat es das auf einer Seite wehgetan. Fügte sich auf beiden Seiten gleich an. Wenn Sie jetzt einmal gegen Widerstand den Mund aufmachen, hat das auf einer Seite wehgetan? Nein. Okay. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe mir jetzt sozusagen die Muskulatur angeguckt. Die ist bei Ihnen halt in Ordnung. Bei manchen Menschen ist die halt sozusagen stärker ausgeprägt. Das deutet dann unter Umständen auf Knirschen oder Überanspruchung hin. Das kann ich bei Ihnen nicht feststellen. Ist alles in Ordnung. Super. So, jetzt würde ich gerne, dass Sie halt einmal den Mund langsam auf- und zu machen. Nochmal ganz aufmachen. Okay. Was ich mir jetzt angeguckt habe, ob die Mundöffnung normal ist. Also die ist halt geschätzt bei vier Zentimetern oder über vier Zentimeter. Das ist halt völlig im normalen Bereich. Bei vielen Menschen ist die Mundöffnung leicht eingeschränkt. Was ich mir sonst angeguckt habe, ob die Kiefergelenke knacken. Die haben jetzt in dem Fall nicht geknackt. Die Mundöffnung ist auch gerade. Also der Kiefer geht gerade auf und zu. Also ist auch da mit dem Kiefergelenk sowas alles in Ordnung. Wo man dann noch besser tasten kann. Wenn da für dich einmal sozusagen von den Ohren her nochmal tasten, dann hören Sie mich kurz nicht. Das gleiche auch nochmal auf und zu machen. Da kann man die Hinterseite vom Gelenk noch besser tasten. Auch das fühlt sich ganz normal an. So, was ich jetzt machen würde nochmal, dass ich sozusagen selbst den Kiefer bewege. Wenn Sie jetzt einmal aufmachen und locker lassen. Und ich bewege Sie. So, und jetzt mache ich einmal nach unten, nach oben, nach hinten, nach vorne. Auf der anderen Seite auch. Nach unten, nach oben, nach hinten, nach vorne. Hat das irgendwo wehgetan oder dass ich auf allen Seiten gleich... Okay. Dann ist also meine... Mein Befund wäre sozusagen jetzt Muskulatur, Kiefergelenk und Kapsel frei. Also keine Befunde. Und damit ist das halt in ganz kurzer Zeit abgeschlossen. Ich habe schon grob sozusagen gescreent, ob Sie irgendwie Probleme mit den Kiefergelenken haben. Haben Sie nicht. Ich habe schon gesagt, 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 ich